So, machen wir mal unsere Tunnellänge. Und dass wir da mehr Steine rausholen können. So, es werden noch Bretter benötigt. So, im Labor machen wir ein Fass. Da oben macht ihr mir ein Stockpilot. So, ich habe es einen Fass. So, ich habe es einen Fass. So, ich habe es einen Fass. Oh, jetzt nehmen sie da oben ein. Das ist auch nicht schön. Ein Angriff. Ihr haut mal bitte ab. Und lasst die Kämpfer kämpfen. Hm. So, zurück an die Arbeit mit euch. So, Bauauftrag. Da oben habe ich einen Stockpile hingesetzt, ja. Hm, weil ich auch gerade keine Ahnung habe, wo mein Fass gelandet ist. Ich meine, irgendwo soll da ein Fass stehen. Ja, da steht ein Fass. Nur bring das Fass mal bitte da rüber. Oh. Oh, shit. Der hat zwei von meinen Leuten getötet. Das ist ja auch ein großer. Das ist ja auch ein. Das ist ja auch schlecht. gut wir haben besiegt das heißt sogar die arbeit so du baust mir bitte hier ein explosiv fass ich hoffe das macht er auch macht er natürlich nicht er ist nicht so hell so das mal weg warte mal okay ich hätte gern einen neuen bauauftrag oh man die erobern jetzt auch schon da oben nicht so toll eigentlich müsste ich mal dagegen erobern den bauauftrag hätte ich bitte so der ist nicht ganz so wichtig wie der bauauftrag aber ich kann nicht weil ich gerade kein holz habe dann gehst du mal bitte explizit holz sammeln es wird tag gerade gut wachstation könnte ich jetzt gebrauchen dann platziert mir doch gleich mal ein eroberer hierhin so jetzt dürfte holz zur verfügung stehen und ja ich will diese brücke sprengen damit wir davon da schon mal keine gegner mehr zu befürchten haben so jetzt so jetzt So viele Leute brauche ich doch nicht für den Bauauftrag, Leute. Ernsthaft, ey. So, der kann in die Tonne, der Auftrag. So, ich hätte gerne immer drei Tonnengräber. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, der Bauauftrag ist fertig. Das heißt, ich schnapp mir mal dich. Nö, 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 nö. Du nimmst das schön wieder mit. Hier kommen nämlich Explosivfässer hin. Vielen Dank. So. Bauauftrag. Taster, bitte in ein extra Bauauftrag. Verlegen. Und tu. Kümmerst du dich bitte um den Bauauftrag? Oh, da oben laufen wieder Co-Opt-Fans rum. Die Brücke ist offiziell abgerissen. Hier kommen gerade auch wieder Co-Opt-Fans. Oh Gott, da kommt ein großer. Zu den Waffen. Zu den Waffen. Schnell zu den Waffen. Oh Gott. Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Einer ist wieder tot. Du solltest nicht kämpfen. Gut, zurück zur Arbeit erstmal. Achso, der Oberer wird bereits platziert. Gut, wir haben die Brücke eingerissen und haben dadurch unseren Feind jedenfalls diesen Zugang hier verweigert. Mach mal vier Zahnräder. Oh, dafür brauchen wir wieder maximale Anzahl an Eisenbarren. Genauso mit Schwefel, weil Schwefel brauchen wir jetzt auch wieder dringender. So, da kommt neues Steinstock-Piles. So, eher feste Tunnel. Und ich glaube, ich werde hier in der Gegend von dem Außenpösten jetzt noch eine Mine anlegen. So. Und dann werde ich erstmal speichern. Weil ich merke gerade, wir sind wieder am Überziehen. Das ist jetzt LP-003. Speichern. Und dann sehen wir uns bald wieder. Joachim. Und dann rein.